Dr. Nguyen, darf ich Sie was fragen? Habe ich die Lapparugale wirklich schneller über die Bühne gekriegt als Sie? Ja, haben Sie. Wissen Sie, ein paar von den Jungs haben gesagt, ich hätte es Ihnen gezeigt und ich habe Ihnen gleich das Maul gestopft. Naja, wenn es nicht stimmt. Aber da es stimmt, lasse ich Sie einfach reden. Was? Wenn ich eins in diesem Krankenhaus gelernt habe, dann das ärgere nie, dein Boss. Oder das Küchenpersonal, weil du in beiden Fällen Scheiße fressen musst. Du hast noch viel zu lernen, hm? Elliot, ich kann dir tun, was ich will, denn die hier sind Zauberhände. Die hier werden mich in meinem Leben überall hinbringen. Dank denen hier bin ich der König der Welt, Baby. Hast du kapiert? Gib mir dein Pudding. Tomo Arigato.